was geht leute willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal wie immer letzten fünf games wir stehen 9 zu 6 freunde diese weekend league ist auf jeden fall herbe komisch kommen irgendwie gar nicht auf das spiel klar und wie ihr sehen könnt freunde haben wir in unserem icon pack jasping gezogen aber er macht eigentlich seinen job gut kommt uns jetzt gut vor das hat sich nicht zu viel geändert wir haben halt der bräune anstatt nakata nakata ganz einfach spc abgeben er war einfach extrem schlecht und wir versuchen wie jedoch die elf siege zu erreichen let's go na nummer eins freunde blackfoot cats mit mojski im playoff am off rolling world cup hero messi nun jetzt world cup dann auch immer rot sieht machbar aus versuchen das team jetzt zu schlagen nein was mache ich da kien mit dem eins haben wir weil wir einen passfehler machen boah was ein pass rollen flip 2 0 hin geben 2 1 messi auf sterling sweaty 3 1 salat schöner hacke zu hacke salat 3 zu 2 winnie was ein schönes tor jungen 3 zu 3 wir haben das ding gedreht junge dann anthony du bist ganz frei anthony 4 zu 3 junge wir haben das spiel gedreht junge wenn jeder in die mütze wenn jeder in die mütze igua in 4 4 komm ikadi komm ikadi anstoßglitch ikadi bester sub junge genau ikadi ein weiter savio löpfer so noch umher nachschuss und damit die entscheidung und somit der 10 sieg gegner nummer 12 hunde algeria mit die z genau hatten ganz aus premier league team sollten wir schlagen kala kien kien powers hat er falsch gestellt und 1 zu 0 kọn ah Mohammed kien in kien 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 m Er hat doch Elfmeter rausgeholt. Ich dachte, das wäre nur Ball. Zalakon macht das Ding. Macht das. 3 zu 0. Oben links. Mach ihn oben links. 3 zu 0. Keen. Keen. 4 zu 0. So, Freunde. Wie immer. Elf Siege. Ich habe ja die ersten zwei Spiele gewonnen von den fünf. Die anderen drei habe ich einfach geschenkt. Wir sind jetzt in einem World Cup Story-Selling, glaube ich, draußen. Mal gucken. Vielleicht ziehen wir einen. Let's go. Der erste Flappy gibt uns. Oh, einfach nur 84er. Super. Super. Kann ja nur besser werden, ne? Oh. Foot Story. Sorry. World Cup Story. Giroud. Nice, Junge. Was kostet der, Mann? Kostet. 80k? Ja, 80k ungefähr. Giroud mit Pace, ne? Und im dritten Play-Pick noch ein World Cup wäre nice. Ja, wir haben es aber. Schade, dass wir den nicht verkaufen können. Ich würde zum Giroudweg verkaufen. Wir wollen mal mit den Packs weiter. 50k Pack. Gib uns ein World Cup EA mindestens. 83 plus. Los Italia. 34. Bonucci. Ja, der hat noch gerade in dem Player-Pick, ne? Der hinter Kurbel. Der Player-Pick ist immer noch zu den World Cup. 3. 5. 40k. 4. 4. Perro. 1. 5. 5. 5. 6. 6. 7. ZDM, Luka Modric 88er Und dahinter noch einer Krummelt 84 Zieht also Picks Vielleicht zu mir einmal Piero Ronaldo Können wir weiter, das Spiel hängt wie immer Nicht dich, Lopez Vielleicht sprach Ronaldo, nicht dich Du bringst mir gar nichts Ja, Götze, wir haben halt Von Deutschland Komm Junge, gib doch Ronaldo Alter, ja genau, Portugal Brauch ich, aber Ronaldo Junge Gib doch Cerno Was soll ich mit Omosala Horror Typ Ich brauche Ronaldo Junge Komm Junge, drei Stunden Roni, Roni, komm Komm, Perreia 87 Ist doch gut Aber hier bringt mir nichts Entweder Rolando oder Mbappé oder Messi Der Rest ist ja egal Hier, Rossi, Fennerspieler, kann gar nichts zocken Letzte 70, Blind Kursen Mode Kursen Mode Aber hinter ihn noch was Hier bei Duplikator Mal gucken So Die beiden kann ich abschließen Letztes Pack 5x3,8 plus garantiert Geht Hier das Pack mit der Nase 3,2,1 Gib ihm Gib ihm The World Cup Sorry oder wie das heißt Kein Walkout Wie immer Super, Super Spiel Super Spaß Macht Spaß Ja, Aspas Mein Traumspieler Schon immer haben in meinem Verein Träume ich seit Jahren davon Super Pack Hat sich auf jeden Fall nicht gelohnt Dieses Scheiß Spiel zu spielen Jede Woche So Freunde Jetzt kommen wir zum 87 Plus Basis Oder mit Icon Pack Gib mir Einfach Brasilien Und wir haben Komm, gib mir eine gute Icon Ich zieh einfach Yashin 89 Ja, was soll ich mit einem Tor Watja Im Rats für Yashin Ja, Alter Es ist ja 100k Ja, ja Ich bin weg Und die Nase Wenn euch das Video Trotzdem gefallen hat Lasst einen Daumen nach oben Und ein Abo da Kommentiert fleißig Für den Algorithmus Bis zum nächsten Mal Freunde Und Ciao